schrift im kreml oder wo wir können sagen auch ohne es mal das ist das Problem Chana wenn Chana auf hd spielt haben wir sowieso verschissen wieso ad ja Chana ad die geht echt übelst ab warum nicht geht Warwick Jungle das Sonne auf hd ist aber viel krasser Anni wir auf hd ist gut Anni wirklich miterlebt wieder ab geht ich weiß dass das Lux ab geht das Viertel ab geht da Luxus auch gar nicht passen und das in die ab geht in die reich bei fast einleitens ab in die Europäer gut genutzt nicht genug nicht genug ich wollte nur schlecht machen dann muss den Tippers wegnehmen dann hat man eine Chance oder man ist es dann weg das ist ein kleinesüßen Teddybär machen der zehn Schaden macht die Sekunde ne der Leben gibt den Gegnern ja und wenn man ihn töte kriegt man tausend Gold das hat er noch eine Million Leben jetzt übertreibst du es aber wer war der letzte von den Gegnern keine Ahnung AFK hat keinen Schaus gewählt muss zugucken ja dann muss er er bekommen haben nein der hat das Fragezeichen als Symbol läuft das Fragezeichen über die Map ist unbesiegbar Mark macht aber auch keinen Schaden ja weil er hat dort sie dann da alles ist dauerhäten Tänker bei Teamfestwerke da trotzdem im Nachteil 4 gegen 5 dauerhaft wer da steht und dort dort hängt und kein Schaden bekommt nur ein Fokus ist blöd die Kinder bei uns in der Base der Tower der Base Tower greift direkt die ganze Zeit an und die Ordnung in der Zeit in der Base in der Base das war der Kali ja sieht sich so auch Täter woher wusstest du das Täter weil ich darauf aufgepasst habe und überlegt hat dass er die Akkali logischerweise Mitte gehen müsste ach quatsch was mir erzählt Jenner geht mit Quatsch, Shogart ich gehe mit für die Gegner ich kriege ein Polo und wie willst du mich angreifen das wird schon irgendwie gehen der Tower wird mich auch nicht angreifen um deiner meint nein es wird mich erneut wenn ich zwitsch bin in einem Dauer für dich kühlen die Mannschaft ist so ein Sprach wo eigentlich auch Prümmel Tifos in die Geschütze nicht eingestellt wird direkt Polen läuft da halt also konnte keine Ahnung wie das nachher stehen die Geschichte bekommst du hin? 5 logisch, 4 oder 5 5 Sekunden 1 15 oder 50 15 Sekunden 1 Wo bleibt Sona? Chana ist schon hier und Sona ist noch fast in der Base Ey mein PC kackt, was auch Chana geht so runter Wozu eigentlich Pullmen in die Springteufel Pullen? Weil ich nicht so arg viel damit klappe und weil ich meine AD-Rum hat AD-Rum plus 1 Zock ich auch auf AD oder nicht? Nö, auf AD Ja Tom dann Pull, geht schon mal dahin zum Pullen Lief dir das? Direkt Mitte Oh, dankeschön Jo, kein Gegner Doch jetzt Show Morwick ist hier Ich bin sofort da! Ich schlage aus den Schatten zu Ich schlage aus den Schatten zu Nimm ihn mit Gut Job Schönes Ding Komisch, ich nehme auf und ihr kriegt einen Kill Das läuft falsch Jetzt mal Ewiger Silence Der ist noch nicht re-connected, ne? Ey, wowwik ist schon wieder... Ach der Teleport Ach so, was mitten? Okay, na okay, es geht nicht Klar geht's Klar geht's Aber ob es effektiv ist gegen den Kartus? Ob es effektiv ist gegen den Kartus? Ob es effektiv ist gegen den Kartus zu spielen? Ja Ja Immer doch Shit Keine Mann Ach so, wenn ich mich mal silenzen will Oh, hier du, ob ich dich irgendwie mit dem Schlag? Ja Oh, scheiße, hä? Ach so Wall of Pain Ich schlage aus dem Schatten zu Scheiße, ich hab nie Manna, ey Das ist jetzt mies Das ist echt sozial Sona tut ihren Heel hoch Skill Nur für mich wennsum nur für dich weil ich zittern da fragst du noch das ist doch Ja Reinscherlaußer Tatsache Angelegen an Nein, na, nein Nein, hier haben wir Acari ist einfach nur aufgabe Wir haben auch Köln die Zeit das ist soll ich hier eigentlich irgendwo ganken kommen oder kommen alter klar noch ganz gut und läuft ganz gut ja bitte läuft auch wo wir können bestimmt mann hinterher ist es gibt rein ist nur noch kurz wird es so ist der von den Worte können man auch so fies ich habe auch keine malen sehen würde ich ihm weggenommen ich kann schnell weggehen ja ich denke ich auch nicht aber ich habe auch nicht mehr dort ich habe ich erschöpfen mitgenommen ich hätte eigentlich groß mitnehmen müssen naja so wie man Joghild erst schon genommen und auch schon alles ist mann und die Domi Megalek gerade hatte und das leckte und das ist ein zu noch kommen und keine Mann aus der Restor ich habe alles Bock beim Gift das geht ab und so automatisch aus ich mach's alles geht aus dann muss noch mal an ich glaube er geht weg bin mir nicht sicher ist China jetzt auch afk ne reise wenn man vom Teufel spricht schade ja ich hab hier Mist Jo ist schon hier ich bin tot oh ich glaube überlebe Tatus halt sag ich ja ja jetzt muss einer Mütter ja ja hat er keine Rüge auf sich drauf kommen oder wie das ist nun ja direkt raus und holt hier auf dem Busch englisch oder die und dann das gute die hier über die ich morgen stoff und stoff rüstung ja leuchtet mir zu sagen lange langsamer was macht also den buchstab das ist er der erste kriegst du nicht ich kann 30 momentan ist totgeweck jetzt ja sie machen müssen ich war das mit der nur die gewahrschulden kriegs und wer der geschont ist gesagt dass wir machen müssen da voll vertreten und katholischen und die hat es ist schaue und die hier Neldi ist er die Getschauer mehr kaum ob auch keine dort und in zwei Minuten in dem Mann als das Problem täglich geworfen hier soll die Wörter Tod musste sehr verschwenden ja für ein Kill, ne? ja, total verschwendet für den Assist hätte ich es eingesehen, aber für den Kill, ne, seh ich nicht ein unglaublicher bin so fail sowas egoistisches das ist Wahnsinn wissen wir doch, Tom, wissen wir alles zielen ja, Kato ist ja eh, ne? ich als Twitch bin ja da komplett anders Ja ich tue mit meinen Killz harte Arbeiten indem ich ganz schwer die E-Taste drücke ist so ne Arbeit, ne? ja, das ist ich muss ja die E-Taste richtig runterdrücken ja, das ist E-Taste kann jeder aber die E-Taste, die E-E-E-E-E oh, oh, Sheco ich wollte dir abhauen bin sofort da Zelle Zerti gar nichts gebracht hat die nicht sterben nein du auch nicht Tom Ulti oder? Nein 40 Sekunden was? am Anfang 160 Sekunden boah wie bei Zero Life am Dornen Katos Ulti geht immer noch nicht Leute oh man wie fail bist du denn siehste du hast doch verschwindet Alter das kann man ja nicht riechen doch kann man wenn man sich ein bisschen anstrengend aber nein ein Kill wegen ein Kill ich könnte ein Kill kriegen wie viele Leben hat Warby Gaps in 10 Sekunden mein Ulti Herdelf bringt dir eh nix mehr ne der hielt sich so hoch unten sind sie auch weg totaler Fail von dir echt hey Leute ich bin enttäuscht nicht nur du hilft dir das? Shogart hat 1500 Leben ok das sollte reichen los Katos Ulti dann kannst du kurz Shogart killen jaa eher so wenig jaa lowlife Char hier schlechthin äh von zwei Leute genommen ne nicht vier ach vier schon was ich hab zwei gesehen im Jungle hat sich mal einen blauen Buff gegönnt num 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 oh der hat dich genommen ne ne oh jaa jaa aber ich spiel so scheiße passiv ja Warby aber auch dafür spielt Shano hier unten um zu aggressiver kommt an silenz mich oder dann auch wieder weg das sollte reichen was kaufen wollte sich für die Kindes steht das ich muss ein Bild an ne 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 ist das normal für Warwick nein eigentlich nicht ne 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 da für die sie da mann und die Zauberfläche ich so was dauerkill kommt auf für die doch reicht ja das bin ich tot hast du jana auch gekriegt schöne sachen ja ich habe nur jana gesehen ich habe euch noch gar gesehen wenn habe ich ganz knapp verfehlt ich habe ja aus dem schatten zu deutlich unterbrochen ja genau im selben moment weg geworfen ganz genau perfektes timing nennt man das hey erster tom down im der schule hat jetzt durch sechs schon wer sind hier das ist du oder da bist du mal wieder alter keine chance jetzt miesen habe ich gerade noch einen vorsprung gegeben dort ja plötzlich ausgewachsen ist also sechs mal gesagt bis hier in der das jetzt nicht wirklich bekommt nicht jetzt irgendwo noch das nur wo ich in der nähe ja wegen dem ding da überm kopf schugart fehlt gedeckt da oder uns schon was am tower doch oben am tower ach so ich sage könnte mir ruhig glauben jetzt wird er wird er ein vielleicht fressen ein vielleicht wird er fressen kommt weg mein ulti und 30 schafft ja auch so ich konnte ich gehe weg ja jetzt sieht er dich der ich sieht er nicht mag hat der Kopp auf die Hälfte die Geräusche vergessen Kormittag mal ein die Sekunde kommt auch noch das sind sie zu müssen und werden kommt schon zerstört von daher ja bei mir doch alles müssen ich würde aufpassen hier ist Shogart wieder Shogart ich bin ja auch mit Kelly Jungl, aber die gankt nicht oh Shogart komm her, komm her, komm her wir haben uns getarnt schreit jetzt auf jetzt steht einer da drin nein oh ja klar jetzt kommt der in die Mitte mach dich doch einfach wieder unsichtbar ja das hat auch cool da und hey Warwick ist wieder da oh der hat mich genommen wie der mich genommen hat, Alter und dabei fast getötet, Alter der mir halbes Leben genommen hat 600 Schaden halt ja ich hab nur 1000 Leben, ey wir haben mir halbes Leben gezogen yo, irgendjemand ist da unten was ist Sona Ulti rein das sollte reichen Sona get down glaubst du sie schafft das? ah der heilt sich jetzt mal warte auf noch, ich komme boah, Alter ich hab grad 50 HP überlebt wir sind entgiften zu früh verdammt ja das war meine Bombe ja hätt ich im Moment später eingesetzt hätte ich ihn gekriegt ah ich hab 3500 Gold, ich geh shoppen ich hab nur 799 ne einmal warst du Backlot ja einmal das war ganz am Anfang als Warwick kam ja so Erzengel holen ich bin sofort da bringt der Erzengel ey was meint ihr bringt die Erzengel ins Secken bei Finch? naja ich glaub nicht ja das zahlt oder hier ja aber der kriegt Fähigkeitsstärke und durch die Mannerwur kommt er leben ein Erzengel holen wow wieso geht mein ey Alter so verpackt los greif an und nicht langsame eh oh no wiederher schnell ist sie sehr schnell der Speed war 4 wird was sie bedingungen nein jetzt hab ich er gedrückt verdammt nein da plötzlich sich aus dem Entgiften ne ich weiß es nicht hättest du so bekommen oder was? was solltet ich hab mir ne Ulti ja ganz schön reingehauen ich fühl mich jetzt echt verarscht ah ist es die Welt komplett ärgerlich ah jetzt hätte ich ne Ulti gebrauchen können nach der anderen weh die sich aus den Entgiften ausgeblitzt hat ey ich fah- das ist echt unfassbar ok jetzt muss ich Back der mich grad genommen kommt ja ja ich pass mal ein bisschen auf Sugar drauf ein bisschen hells ja noch grün am leuchten na Robby kenne manna mehr aber Robby gar nicht Ulti in einer Minute ja ja ich hab's glaubbar cool wie soll ich grad erhöhten Hunkmull Speed durch Sonne ne schon möglich Mach geht tot mach ne er verfolgt dich ich bin sofort da wow er ist tot kommt jemand mit in die Mitte? ich glaub ich schockert schaffen wir nicht zu zweit ey was ist noch ja sonst wenn ich gesilenced bin oh Wayne oh noch mal Wayne dass die da ist ja ne hey wie ich mich unsichtbar machen kann wer hat die gefeedet? die hat nun mich da einmal getötet sechs killzer deal A3 dadurch? ne zwei dadurch ich glaub einmal hat mich Schockert oder hat mich einmal Schockert erwischt? äh Schockert hat dich nicht getötet äh Schockert hat dich nicht getötet gut dann war's halt dreimal Wayne alter Schockert hat kein kill und zwei ja nur noch Jenna ist hier gut rennen oder die war oder auch nicht meine Ulti ne das ist nicht eine meiner besten Runden mit Twitch ja ganz nicht klar meine besten Runden mit Zinscht oh bottom was ist alle? ja guck mal bottom geht da mal einer hin ey bei uns ist aber auch alles mess ey wie die jedesmal knapp mich überleben ey immer noch bottom nemals ey warum geht da keiner hin auf der Telefon weil ich KES haben will da nützen wir was einem nichts ja wie wärs mit laufen alter das hab ich noch vor zwei minuten gesagt was sollte rein war ich grad mit Jenna am kämpfen war ich grad mit Jenna am kämpfen alter ich kann nicht vorne stehen ja schon ist auch nach vorne Tom dann kannst du das was hat denn der da auf dem Kopf und gleich ein zweiter ein Gift Keks und gleich ein zweiter haben wir überhaupt CharCy auf AP gehen? nö woher nicht mal Achtung ey wer von denen geht auf AP? äh Jenner naja Sport halt und Sugar ja ne Sugar ja dann keiner ja Kaley halt aber die Sofgar ja das heißt ich brauche eine Rüstung ja das heißt ich brauche eine Rüstung grüß den Dormt Fendi hat Oracke ja Dormt und so wird mir auch gut überlegt ja Dormt und so wird mir auch gut überlegt das ist grad viel zu spät auf wenn das Oracke hat vielleicht tue ich mir später noch Benji das wär was bisschen Fähigkeit steckt unter den Angriff kloppen geil ja ja das sollte reichen das sollte reichen er will mich nom nom nein er hat mich nom nom nein er hat mich nom nom nein er hat mich nom nom Ulti? Nein denke mal ich hab ihre Ulti geschmissen Ja 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 er hat man nur die anwiese nach dem Weg Nadine und die Geschmissen und das nicht überlebt so Stauertau habe ich so habe ich dauerlich nicht verdammt aber zehn Tauert vor Ort ab kurz schneller und also auch hier haben aber nicht im Exus so ein Text nächstes willst du machen aber auch ein Hütter wer und wer wenn ich magst du ja loll was im Urteil und jetzt wohl nicht die gilt wie oft gestorben sind weil er das sagte der 1 3 hat da ich jetzt so ist es kacke der erste wenn noch schaden dort haben wir liegen die 2 der sagt nicht mal was wenn er kommt wird das mein Leben los wird das machen Bewegung ich erleide immer muss wenigstens stelle ich wurde im letzten Jahr was kann schon gut das ist ja gut andere Gäste das wird schon das bringt nichts weil wenn du unsichter bis es hält zwar lange an aber dann nicht lange genug Er ist die ganze Zeit ohne Schuhe rumgegangen, hat er einen Eifer glaube ich. Oh mein Gott. Irgendwie 320 Speed oder so? Bei zwei Schattenklingen hätte ich es ja verstanden, da kann man die Schuhe so langsam verkaufen. Aber ein Eifer ist Fail. Ich habe meine Ulti, irgendjemand Lowlife? Ja. Ja, Wayne, wie soll das gewesen sein? Ja, ich denke mal die schon weg. Ja. Ich versuche Shogart runter zu kloppen. Weh weh miss. Und Shogart runter kloppen bringt nichts. Wollte ich gerade sagen. Ey, er hat alles Leben. Na Leute, ich glaube 20 Gold. Der hat halbes Leben. Der hat noch mehr Leben. Na gut, jetzt nicht mehr, aber der hatte fast mehr Leben als ich. Ich habe 1300, der hat noch 900. Und jetzt hat er auch noch mehr. Komische Ding hier reingeworfen. Halber die was einen vom Leib. Ah, die laufen durch. Ah, das ist mir jetzt. Ich bin weg. Und die hat Orakel, ne? Oh nein, ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie geholt. So, Ulti auf 3. 600 oder 700 Schaden. Kommt davon viel Rüstung, die haben. Oder man gerüstet uns. Aber ich würde erkennen, ich würde mal hier rum. Der Tor wird sich angegriffen. Oh, ey, jedes Mal hochlatschen. Ja, dann bleib doch einfach rum und höre hin. Zumindest jetzt hier sind wir weg, wenn ich da bin. Na, das bringt nichts. Was sein und drum machen, was sein. Ja, wie ich schon wieder mein Gift nicht anging. Ey, irgendwie mal komm mit. Show God. Ich schlage aus dem Schatten zu. Mütter könnte ich Hilfe gebrauchen. Da muss ein Ding auch schnell da umgehen. Kriegt's aber nicht. Wie lange wollt ihr noch vor dem Drachen stehen? Wie erst mal dann greifen. Aber wir will den Show God nichts ziehen. Weg, das glaube ich. Aber wir kann nicht auch was ziehen. Wenn du nicht verscheuchen würdest. Merkst du mir nicht. Ja, ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Das eben, das stimmt. Ja, nein. Ich bin ja gar nicht. Das stimmt. Dann Laboratory, die Leute, die Leute gesehen haben. Ich bin ja auch gar nicht. Das stimmt so, jetzt ist doch alles. Oh, nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Oh, nein, der Heal Kacken noch. Ja, aber zu spät. Ich bin ein bisschen weggerannt. Die Sonne hat meine Leiche geheilt. Yeah. Scheiß, Entzünden. Zwei, vier, ey. Zwei, vier. Ja, wo die Gedähten sind. Geli ne Basge getötet? Was? End du hast es wieder da und ich habe es in der Basge getötet. Ähm, man bekommt doch in der Basge über irgendwie tausend Magieresistenz. Da kann man nicht sterben. Ich habe einen Kissen gemacht, man. Lol, die wieder da? Wenn ja, dann war es im Trailer und ist dann gestorben, weil ich die Folge hier ankam. Fucking stupid. Und jetzt muss ich eigentlich Jeddah töten. Der Neue greift die Tower an, oh f**k. Ah, Shogar frisst gleich den Ben auf. Verdammt! Scheiß Ulti! Mega Scheiß Ulti. Lass uns das Double, hoffe ich doch. Nein, das war ne echte. Arg. Ah klar, die was einkriegen denn. Ich klopp drauf und die was einkriegen den Tower. Leute, ich konnte nicht abgreifen. Oh, es kommt Gift. WTF? Ah, Ulti in 10 Sekunden. Keiner hat mit angegriffen oder was? Doch, ich. Aber ich wollte nicht zielen, weil ich dachte mit dem zweiten... Ja, ich wollte auch nicht zielen, sonst hätte ich ne Bombe drunter gesetzt. Und ich hätte entgiften gemacht. Oder ein zweites Mal drauf geschossen. Ja. Ja. Oh oh, Tom ist tot. Oder? Boah! Ha! Boah, ist du jetzt? Ja. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, ja. Boah! Wow! Der würde ich einfach auffrisst. Der hätte mich locker auffrisst können. Wie viel Ulti macht denn seine Schaden? Äh, 700. Ich bin so absolut ein Schaden, ne? Der hätte mich fast getötet also. Ich hab 800. Oh Gott. Warum Ulti töte mal Gally? Ja, soll ich mal? Nein. Dann würde ich die brauchen. Ich lade aus dem Schatten zu. Ich hätte einen Tod, ey. Guck mal, ja. Okay. Aber wir müssen mal durch deren gegnerischen Jungle laufen und gucken ob irgendwelche Monster zu wechseln oder so. Oder ob die da irgendwo rumgammelt. Ich will die. Wie unfair. Wie viel das? Da steht's. 520 Leben. 1,3 Magierensistenz. Ey, 520 Leben. 1,3 Magierensistenz. Sag ich ja. Guck, die kriegte ich immer wieder. Ich hab's aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. Ich hab's gesehen, ey. Oh, ne. Geil, ey. Bam. Was scheiß. Ja, ich bin die Silence und... Ja, ich bin die Silence und... Ja, ich bin auch geschehen, sollte ich den weggeworfen. Ja. Ich hab's schon nicht durchgehen lassen. Oh, klar, ich fick ihn nicht. Wolltest du auch nur schmochen? Natürlich. Oh, ich darf auch keines Sitzes bekommen hab. Ich hab ihn geslaut. Töte den. Oh, kick ihn zu mir! Oh, klar, ich mach den Sünden drauf und krieg nichts. Wie ich nix kriege, ey. Wenn der 400 Schadensikunde bekommt, Entschuldigung. Nur weil ich für euch aufnehme, krieg ich keine Kills. So sieht's aus. Das ist jetzt dauerhaft in der Base, ne? Oh, neu, die sagt... Ja. Ey, die stirbt doch die ganze Zeit, nur weil die Fiegen geht? Ey, die war so geil. Ey, die war so geil. Auf alle Weise geht das nicht. Ne, eigentlich nicht. Gewonnen! Naja, haben wir immerhin geschafft, also... Schönes Spiel. Und das ist aufgenommen.